Das Zocken der Banker auf den Finanzmärkten hat uns Steuerzahler Milliarden gekostet. Das Casino muss endlich geschlossen werden. Wir brauchen eine wirksame Finanzmarktregulierung mit einer Finanztransaktionssteuer. Und wir brauchen eine schlagkräftige europäische Banken- und Finanzaufsicht. Hochspekulative Finanzgeschäfte müssen der Vergangenheit angehören. Deshalb brauchen wir nicht nur für Staaten, sondern auch für Banken eine Schuldenbremse. Dafür setze ich mich ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017